Mein Axi ist kaputt Ach nee, das war das Schwert So ein Schrott Ich muss jetzt schnell nach Hause Ohne Pause Pah Richtig? Dann halt BAM 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 Aua, lass mich Stopp, 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 stopp Stopp, 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 stopp Stopp, 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 stopp No, 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 no Noch einer? Noch einer? Noch einer? Nee Stopp, stopp, stopp Ja, die Musik gefällt mir gar nicht Tschüss, ich geh nach Hause Ah Angst vor Mischgebirger da ist die fleisch so da sind wir euch so viel hier war das nicht irgendwie überraschung auf uns nur so weit aus mir nicht der baum ist gewachsen und ich habe sieben stück das gefällt mir dann kann ich mich genau ein bisschen grün sprießen lassen wie halt immer mit dir denkt immer was neues aus grün wird niemals als grün ist immer schön kannst du sagen was du willst da komme ich auch nicht von ab du meine welt wird grün so ich schaue ich mal wie das von hier aussieht ist ja cool das sieht doch cool aus jetzt so oder war doch man ja saftig schön saftig so dann was habe ich jetzt eigentlich war ich habe ein level geholt stunde jetzt wollte ich meine experience jacks zu teilen zu weilen zu teilen hier müssen auch noch bauen ach mein gott das wird ja auch noch so ewig dauern wir haben ja noch so viel vor ich hoffe nicht 22 22 hallo ich habe ich ein und zwei stecke liegt aber ich zu schnell vor 20 ok ganz ruhig kleiner mach es ruhig und sagte mit viel geduld das ist wirklich wahnsinnig spannend hat es mir meine 22 geben 20 würde mir auch streichen oh mein gott was ist denn das kannst du nicht bis 22 10 oder was 17 13 9 15 19 die mir doch was mit 20er bereich du du ding einer sich verarschen 20 ich 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 vertreffel ich würde 20 hallo keine 20 20 gibt es nicht mehr am sortiment ja mal rausgenommen ja das gefühl habe ich auch gerade nur 20 20 20 ich bin ich begeistert auf jeden fall nicht alles gibt es war schon voll schnell und dann kommt die wieder dann blätter ich sie wieder ich setze mich könnte hier nicht mal kann man nicht eingeben was wir haben möchte versucht sich ja tot 19 aber wie sonst ist zu schwach das will ich nicht ich meine ich habe ja dran sondern schon übernehmen aber kann das hier nicht irgendwas sein so wohl irgendwie dass sie kann dass er was man hat und das hier was man maximal kriegt was ist daran so schwer gib mir eine 20 du scheiß ding okay jetzt sein 321 behutsamkeit jetzt habe ich ernsthaft behutsamkeit auf meiner axt was soll ich denn mit behutsamkeit gut mal ich mein ich kann mir schon mal ein bisschen was machen weg machen kann man doch schon man kann schon recht gute dinge mit guter machen das hier machen das kind schon mit der schere machen aber was man solche machen kann ist man kann krass blöcke sich zum beispiel nehmen so holen wir mal zehn stück ist ganz praktisch in meinem lever kraft pflanzen würden aber behutsamkeit auf der show werde ich das wesentlich lieber als auf einer axt da habe ich 30 stück voll die unglückszeit die werde ich verständlich verlieren einen creeper oder so ja und auch sonst glas kann man abbauen mit behutsamkeit eis kann man abbauen behutsamkeit die möglichkeiten sind da mannig faltig und ich bin auch mannig und faltig falsch ist aber so und zwar werde ich jetzt hier mal dafür sorgen dass wir hier ein paar davon bekommen weil ich hier oben das ja noch zubauen will damit dass ich mir ganz so krass hoch aussieht weil damit da war ich war das ja eigentlich immer noch so spielung mit einem dachboden wohl kommen stehen könntest und sowas sieht das hier auch wirklich so aus das erinnere mich irgendwie immer an 10 wie ist das sehr auf den tentacle dass die dich wessen schon vielleicht ist es das alles wird mir hier als dark world angezeichnet das lied ich habe keine ahnung ja hier habe ich jetzt zum beispiel ich glaube ich kann nicht durch ich muss dann sieht das aus wenn das gewollt wäre und wir kommen ja auch durch wir kommen jetzt auch ein da man ja auch so eine ja genau wo ich kann ja theoretisch auch das weg machen so da kann ich hier noch zu machen hier kann ich dann zu machen und da kann ich zu machen es ist jetzt hier richtig oder wo bin ich jetzt auch hier so muss das sein genau so muss das sein dann kann ich mich hier ich das nicht gemacht habe auch noch was hinstellen also wirklich so ein lager halt das nehme ich nachher auf so kommt man hier rein steht hier eine kiste und deine 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 kiste und da hängt eine kiste und hier hier da sowieso sowieso und ob und da wirst du zb so schön was haben wir数 das schönes wird er also ich bin Physik es sind glaube ich das nicht mehr auf Westôi Oh, ich mach's mal in der Mitte, soll ich... äh, Quatsch. Ich mach das hier komplett zu, das sieht dann schon mehr in der Mitte, Alter, aus. So. Und da kann man jetzt willkürlich irgendwo was draufstellen an den Kisten. Hier in die Ecke kann man auch noch... ...durch die Werkbänke stellen, dann bin ich hier auch endlich los. So, dann bin ich hier auch los. So, dann bin ich hier auch los. Hier stellen wir dann die Betten hin, für die... ...Gäste, die schlafen wollen. Machen wir einfach mal... ...stelle ich mal eins... ...hier so hin. Dann stelle ich eins da hin, und eins... ...da hin. Genau, kommst hier rein. Und dann hast du halt hier deine... ...Gäste liegen. So, mal nur ganz kurz. Ne, brauchst du zweimal, Moment. So, genau. Dann mach ich mich hier eins hauen. Dann machen wir den üblichen Tisch. Und dann tischen. Und wir können dann noch... ...mensch... ...hier können wir noch eine... ...Bankenzimmern, so einen Stuhl so hin... ...und dran setzen. Also, das ist so meistens der Sinn von Stühlen... ...dass man sich da drauf setzt. Äh, da kann man ja... ...hier komm, dann wollen wir mal wenigstens noch... ...dass der Läden hat. Ne, warte, ich geh... ...schild ging so hier, gell. Ja, genau. Oh, dann kein Schild mehr geklöftet. Schlimm. Dann können wir ja hier... ...moment, das habe ich gerade noch... ...Kritte gehen. Stimmt, das können wir auch noch machen. Hier, also, glaube ich gar nicht mehr. Hier habe ich in der letzten Vier... ...das war ich natürlich nicht lange, ne? So, dann... ...und... ...dann... ...ich mach mal an den Stuhl. Zimmer. Kommst hier hoch, im Moment brauchst du natürlich... ...n bisschen Licht für die Creeper. So. ...